. . . . Boah, alter Basti, du bist so fesch. Yeah, yo, yo, was geht, ey? Yo, Mia ist in das Haus. Du musst das mit der Sackboy-Hand machen, nicht mit deiner echten Hand. Jo. Jo, yo, was geht, Mia ist in das Haus. Hat mehr Style als eine Laus. Und ist eine kleine Maus. Ganz wundervoll war das eben. Ich bin raus. I'm out, yo. Ich werde kein Gangster. Nein? Ich werde niemals ein Gangster. Ich auch nicht. Ich kann das auch nicht. Wir passen halt gar nicht so, ne? Ne, wir passen echt nicht zueinander. Wir gehen nämlich wieder in den Tempel. Richtig in den Little Big Planet. In den Elefanten-Tempel. Der Elefanten-Tempel im indischen Ländle. Ländle? Im indischen Ländle. Das ist, äh... Ne? Hast du ne Mischung aus... Englisch... Englisch... Inder... Und... Bayerisch. Ländlis... Bayerisch will ich auch sagen. Bayerisch. Du wackelst so fröhlich hin und her! Ja! Ich freu mich total! Wuhuuu! Elefanten! Endlich fühl ich mich wie zu Hause! Gegenteil, die gefahrvollen Teppel ist, wirst du den großen Mauser finden, den Meister der Spender. Hacke, wir waren ganz wunderschön genannt. Also Dankeschön. Ganz freu gemacht. Ich kann mir einen Teufel mögen, wenn du willst. Hoioioi, da bin ich aber fast abgestürzt jetzt. Hast du einen Elefanten? Da richtig ist der Elefant. Ich kann mal eben hier... Warte mal. Willst du mal? Ich kann dich ja mal... Ich versuch mich mal hier. Mach du mal. Mach du mal den... Sticker und Decode. Hä? Wo muss der hin? Eigentlich ist er da bei Schalter. Aber vielleicht bin ich da unten. Und vielleicht... Und vielleicht... Und dann... Nee, nee, links. Links? Das sind die... Eigentlich müsste der Elefant da sein, aber... Elefant? Es könnte sein, dass der Elefant nicht da drin ist, weil wir gerade erst den Elefant eingesammelt haben. Elefant! Das ist schade. Das ist schade. Dann können wir ihn erst beim nächsten Mal benutzen. Dann nehmen wir ihn nicht bei den Elefanten... Da oben. Oh... Da oben. Da oben. Ich war... Oh, da links. Nee, recht. Wahrscheinlich ist das... Maika. Wahrscheinlich ist das für den Elefanten. Kann ich mir so reden. Oh, ich hab's fast geschafft, ey. Nein. Doch. Der braucht so lange. Uh, das findet sich. Sehr. Und... Oh. 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 Scheiße. Ich hatte das... Sieht aus, hättest du nichts an unten rum. Ich hab Hufe. Achso. Du bist ein Rehntier. Oh. Du bist eine Rehn-Mia. Genau. Eine Rehn-Maus. Eine Mia... Ein Mia-Tier. Sieht aus, als ob du nur einen Arm hättest. Ja, der andere ist hinter mir. Ich kann mich so gut bewegen, weißt du so... Meck ist der Arm. Das stellt man sich mal echt vor. Wo ist der Arm? Ein bisschen Arm war nicht. Ein bisschen mit der Nase, ne? Ey. Ich hab deine Nase geklaut. Nee, ich kann nichts mehr riechen. Wobei... Ist gar nicht so schlecht. Du bist dumm. Guck mal, ich kann... Was ich jetzt gelernt habe, eben gerade. Was denn? Man kann... Cool springen. Also, das passt eigentlich nicht erst zu dir, aber so. Wie hast du... Das war gut. Hata! Hata! Nee, aber wie musst du das? Das passt voll zu meinem Dingens. Zu meinem Gefallen. Wie hast du das gemacht? Ich springe und bewege dann beide Arme nach rechts. Also nach außen eigentlich. Warte mal. So. Genau so. Warte. Okay. Jo, ich bin calm. Dililili! Ne, aber so hab ich dich gerade aus deinem... Aus deinem Gefängnis befreit. Oh, was hier? Oh, das war voll... Warte mal. Warte mal. Mh. Müssen wir jetzt hier hoch hüpfen? Oder hier? Ich versuche irgendwie... Man kriegt's nicht hin, ne? Und dann wahrscheinlich von hier aus. Äh, ich wollte ja das ziehen. Entschuldige. Ich zieh mal an dir so. Es geht nicht weiter, ne? Aber von hier aus müsste man eigentlich hier kommen, ne? Mh. Mh. Ach. Mann, jetzt bin ich schon schwarz, ja? Und kann trotzdem nicht vernünftig springen, oder? Jaaaah. Oh, aber das ist schwer, ey. Hast du gesehen? Wie lange müssen wir eben, als du da drauf standst? Naja, das andere ist ja nur Pappe, ne? Stimmt. So, jetzt müssen wir das nach rechts ziehen, oder? Neeiii. Hier. Warte, warte, nein, warte, warte, warte! Warte auf, ich kann die Treppe nach rechts ziehen. Stimmt. Haben wir den Aufkleber gemacht? Stimm mal gucken... Ich kranne gerade. Ich muss den Schatz finden. Du musst den rüber schieben, damit ich da hin komme, weißte? Achso, jaja, warte. Geht los geht los. Ich gucke mal eben nach dem... Ich gucke den Affe raus. Oh, der guckt aber böse. Das ist wie Jim. Das hat ich drauf gemacht. Oh, ein Cola-Elefanten-Sticker. Und jetzt? Cola-Elefanten-Sticker? Cola. Was sind denn Cola-Elefanten? Wie kommt man da unten hin? Ich weiß es nicht, gar nicht. Es ist doch du. Man muss doch da irgendwie hinkommen. Vielleicht von da hinten. Tschüss. Finde ich dich gut. Guck mal. Du bist ganz schön gut. Voll der Geheimdruck. Was machst du denn da hinten eigentlich? Ich komme nicht mehr zurück. Achso, ich kann einfach laufen. Lass dich. Das ist voll gemein. Lass mich raus. Lass mich wieder zurück. Wir müssen es jetzt da so hinschieben. Hey, Huff. Aua. Du hast aber dient. Guck mal. Was kann ich vorhin nicht machen? Ich bin jetzt weg. Tschüss. Tschüss? Ich tschüss. Plop. Nein. Nein, es geht nicht weg. Du musst da rechts rüber und dann so. Aha. Ich hätte dich auch wieder einspielen können. Nein. Wahrscheinlich würde es so... Das ist immer blöd, wenn man mitsingt. Und dann nicht... Das ist nicht ganz synchron, ja? Nicht ganz synchron ist, ja. Ganz wundervoll. Alter, hast du überhaupt... überhaupt keinen Taktik filmen, Mann. Nee, nee, nee. Guck mal, wie ich hier rule. Ich rule so. Was ist hier? Was war das? Hast du meinen Jump gesehen? Der eine ist kaputt, da fehlt was. Nee, ich hab deinen Jump nicht gesehen. Wieso? Der war cool. Was ist denn hier los, ey? Was bist du? Nein, ich hab ihn. Verdragt. Das ist ein Tischer. Das ist der Tischer, ja. Der Tischer, der König des... Der König des Dunkels. Ich bin schnell. Da wird mein Geweih aber ganz heiß. Ey, jetzt auf. Das war aber nicht nett, liebes Spiel. So wirklich nett, liebes Spiel. Nicht nett. So, da rüber. Man muss, glaube ich, erstmal analysieren, was hier so passiert. So, jetzt. Oh, ich hab uns beide gerade verwechselt. Lolz. Ja, wie passen. Gehen Sie mal vor. Okay, ich geh mal vor. Passiert ja auch nichts. Du musst da rechts erstmal den Schalter betätigen. Okay, dann. So, nein. Ich hatte gedacht, das würde ein Penis sein, aber es ist kein Penis. Oh, das kleine rosa Ding. Oh. Oh. Was meinst du denn? Du kannst da schon mitgehen. Du kannst es loslassen, oder? Oh. Auf dem... Nee, das ist das für den Schalter. Das ist dein Penis. Oh, wieso bin ich so schnell? Tschüss. Konnte ich mich nicht so recht entscheiden, ob ich jetzt nach links oder... Ey, ich renne so... Wieso renne ich denn so schnell? Nur weil ich schwarz bin, oder was? Ja. Jetzt aber hier Konzentration liegt. Das will ich noch verwecken. So schwer ist das ja eigentlich nicht. Wie kommt man jetzt da oben hin? Nein, da ist irgendwas an links. Aber es gibt für dich noch mehr. Ein Elephant. Du singst schon wieder mit. Entschuldigung, Entschuldigung. Wie cool ist das denn? Oh, oh, guck mal, da ist was. Ja. Ich werde gleich mal... Ich sneake ihn gleich weg. Tschüss. Oh mein Gott. Da bin ich wieder. Jetzt laufen wir nicht weg. Ich laufe gar nicht weg. Da müssen wir mal gucken, ob hier vielleicht noch mehr sind. Bestimmt. Ich hab noch nichts gesehen. Ich hab meine Öhrchen und Augen... Da sind welche. ...Häuglein hab ich offen gehalten. Warum müsste ich doch noch mal kein 2... Nee. Das sieht so cool aus. Dörst du gerade rum? Ja, ein wenig. Just a little bit. Oh, eine Punktherausforderung. Ich glaub, das war ein Schlüssel dann. Ja? Ja. Das ist gut. Ja, viel auf. Der geht ein bisschen höher, ne? Hallo, Basti. Hallo, Mia. Zieh mal links. Okay. Zieh den Stift raus. Sind das Pailletten da dran? Ist da unten was passiert? Ach nee. Was müssen wir jetzt machen? Kann ich... Vielleicht geht es unten weiter. Na. Ach nee, komm mal, jetzt kommt es wieder hoch. Dick, 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 dick. Ach, das bewegt sich jetzt einfach. Ich wette, da kommt man von unten dann ran. Ist da irgendwas cooles drin? Voll, ne? Oh, oh. Nicht schlecht. Ich glaube, irgendwie kommt man nicht mehr hin. Oder? Der bewegt sich... Ein Elefant! Ich gehe hier oben lang. Und hole uns den Schlüssel. Wie cool ist denn der Elefant? Los, nicht zu schnell rein. Guck mal, wie cool das Ding da hinten wackelt. Voll witzig. Ja. So, ich wette, der bleibt jetzt gleich stehen, weil es da nicht mehr weitergeht. Genau. Der Arme-Elefant hat mich nicht mehr. Ich schreien hier. Boi. Wieder zu viel gesoffen ist. Wie wenn man gesoffen hat und dann... Ne, beide kenne ich es ja nicht. So, wie komme ich hier der nächste rein? Achso, wahrscheinlich vom Elefant aus dann, ne? Was machst du da? Ich komme hier nicht rüber. So, jetzt vom Elefant. Na, 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 na. Komm. Achso, da ganz oben. Ne, jetzt komme ich nicht mehr hoch. Okay. Na, egal. Sieht trotzdem aus wie irgendein Typ, der... Uuuh. Schädterlein darf ich hier... Darf ich mich mal küssen? Blablabla. 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 Hm. Diese ganzen Stückchen. Guck mal, ich glaube mit dem Kopf zuerst. Hast du das gesehen? Ich bin ein Hirsch. Ein Hirsch. Ich gehe mit dem Kopf durch die Wand. Ich bin besoffen. Ich bin besoffen. Ich habe gar keine Zähne. Ich bin der Kanye West der 2080s, ey. Weil? Da ist ja schon 100. Achso, ach so, weil er so alt ist dann. Ach. Über 100. Haben wir eine Herausforderung? Wir haben zwei Raspberries. Der Tempel der Bewegung oder lieber Säulenspringen? Die Hand. Das ist beides aus dem Kamasutra, oder? Nein. Alter, langsam. Oh, man muss sich manchmal zensieren, ne? Was? Bitte? Entschuldigung. Was? Wo? Wir nehmen das. Das ist wie die Bibel. Versuche nicht zerquetscht zu werden, während du dir einen Weg durch die beweglichen Blöcke bahnst. Und so weiter. Oh mein Gott. Renne, Hindernisse und Heimann, Zielpfosten. Rekord! Rekord. Rekord kennen wir. Das können wir. Rekorde können wir. Rekorde haben wir drauf. Was muss ich machen? Ah, okay. Hör auf! Hör auf! Nein! Tschüss! Das haben wir vor uns eingesammelt. Da kommst du ja wieder. Hör! Müssen wir jetzt einfach nur laufen, ne? Das ist auch noch. Das wird immer ganz schön heiß am Kopf. Muss man nach unten? Nee, nach oben. Was ist denn unten? Doch, wir müssen unten laufen. Doch, wir müssen nach unten. Ah, nein! Ach so, einfach runterfallen, ne? Und dann. Huh! Ist halt ne Hitze hier. Nee, du Arsch! Da war er weg. Ach so, springen. Okay. Jump. Hm. Wo? Wir sind so gut. Jump. 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 Jump around. Jump. 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 Jump around. Ja. Halt. 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 Oh, nein! Oh, was ist die? Oh, ich fand immer dein Exzess. Du darfst nicht den Kopf nach hinten werfen. Mach doch schon mal weiter, die Zeit läuft. Ich versuche es doch. Ich bin immer mit meinem Schwengel hängen. Und was? Mit meiner Pinzette. Ich küss dich hin. So, jetzt hier mit Konzentrum. Zack. Tak. Konzentrum. Konzentrum. Ja, Konzentrum. Oh, das muss ich kusenieren. Wumpf mich. Ja, ich bin jetzt sehr eloquent. Bitte lassen Sie mich jetzt darüber springen. Dankeschön. Hopp. Und nochmal. Und nein. Hi. Okay. Hopp. Nein. Oh. Das ist aber gemein. Hallo, Madame. Hallo. Hallo. Unter. Unter. Unter nach links. Nach rechts. Wuppadu. Das ist wirklich ein Tempel in Bewegung, ne? Ja, 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 ja. Oh, ich glaube, das war nicht so gut. Nein. Komm ich nicht mehr auf. Nee. Nein. Das ist aber auch gemein. Nein, man sucht es auch. Ich bin tot. Achso, okay, warte. Oh. Einfach sprinten, ne? Nein, du musst nein, nein, nein. Du musst nein, 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 nein. Du musst, guck mal hier, du musst einfach den, den... Nein. Nein. So eine Scheiße. Komm doch mal, das schaffen wir. Okay. Jetzt wissen wir ja, was auf uns zukommt. Ja, ja, ja. Schneller. Der sieht so cool aus mit deiner Mütze. Finde ich irgendwie auch. Wie in echt. Ja. Ich bin genauso dunkel. Hallo. Wie, wobei der genau gleich läuft, ne? Ja. Huch, nochmal schnell zurück. Ist es so warm. Oh. Oder auch nicht. Oh. Oh, oh, da wird man zerquetscht. Was ist alles für ein Geräusch? Nein, nein. Zum zweiten Mal an der gleichen Stelle. Ich bin so ein Trottel. Hier stehen bleiben rechts, wird man zerquetscht. Okay. Ich bin durch. Schnell. Schnell. Dann bin ich schon wieder an der gleichen Stelle bei dir. Das ist ja ganz toll. Herz allerliebst. Aber ich komme da nicht hoch. Ich muss einfach nur springen. Du musst einfach nur springen. Ja, das versuche ich. Aber ich werde dann immer nach links geschoben. Burp. Burp. So. 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 Ach, Mann. Und nein, 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 nein. Und das macht man hier? Ich bin ja noch unten hoch rausgekommen. Einfach rüber springen. Warte, ich muss jetzt noch mal. Genau, mach mal. Du kannst dich auch kaputt machen. Aber ich bin doch. Aber ich will nicht. Mein Ego. Ja, richtig. Na. Ist aber auch schwer zu sehen da. Mann, wieso würde ich immer nur springen? Ja, das ist ja auch. Da. Ein und frei funktioniert der. Hier. Zack. 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 Huuuui. Sehr gut. Danke. So, und jetzt wieder runter, ne? Hast du ganz wundervoll gemacht. Hier waren wir jetzt. Okay, jetzt. Okay, nächstes Mal. Wie easy. Und Tuch, Tuch, Tuch. Oh, wie gemein. Oh, wie gemein. Ja, so. Mit heißem Popo, aber doch geschafft. Oh, 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 oh. Oh, oh. Guck mal. Nein. Nein, nein. Bitte, wenn wir jetzt hier verrecken. Hier, mit dem Kopf durch die Wand. Okay, mach auf. Was? Ich muss weiter hier. Wir müssen schon zusammen laufen. Das funktioniert nicht. Nein. Letzter Versuch aber ein bisschen. Gleichzeitig machen. Das sieht einer nicht. Dann jetzt. Okay. Das ist ja mal eine schwere Ausforderung. Wollen wir nochmal? Ich weiß nicht. Du bist jetzt mucksch, ne? Eigentlich will ich ja schon immer sowas schaffen. Wir lassen uns erstmal weg. Wir machen erstmal die andere, oder? Okay, wir versuchen jetzt nochmal die andere. Säulen springen. Das kann irgendwie witzig werden mit Basti. Ich erinnere mich noch an sowas bei den Hinjas, ne? Ach, du sprichst gerade von einem Erlebnis-In-Game. Guck mal, lacht du über deinen schlechten Witz. Beobachte die Bewegungen der Säulen und bringe sie zu gutem Timing, um nicht in die Grube zu fallen. Überlebe und sammle Punkteplan, solange du kannst, bevor du dein Leben lässt. Drücke den roten Knopf, wenn Lotte gefehlt. Hm? Dein Kopf ist zu weich. Na? Oh! Ich hab gedacht, ich muss nach unten. Oh, wie gut. Ich hab echt gedacht, ich muss irgendwie nach unten. Ich hab auch nicht zugehört, ne? Schönen Vogel dir sagen. Ja, ja. Ich hab mir selbst nie zu, wenn ich vorlese. Okay, dann, äh... Nochmal. Nochmal. Das jetzt aber wirklich. Okay. Ich drück den Knopf. Okay, du bist sicher. Was ist hier los? Nein, ich bin tot. Konzentraton? Das ist ja noch leicht. Me juckt der Mund. Me juckt der Mund. Das Mund. Wie soll ich denn da rüberkommen? Der ist schon ganz wund. Die mal gleich lang rumbleiben. Tschüss. 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 Ich möchte das noch einmal noch. Einmal noch. Na gut. Jetzt kann die coole Sau einfach nicht auf sie sitzen lassen, ne? Gut. Wie hab ich gewollt hast? Da, 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 da. Ja, da, da. Alter, vor dir kann man nur Angst haben, ne? Ist das echt nicht schön. Soll ich? Ja. Ich mach mal. Drück den Knopf. Ich drück den Knopf. Wie geht's denn da rüber? Da? Wo war Anfangsstelle? Alter. Ich konnte nicht spielen. Ich hab gedrückt, aber da ist nichts passiert. Ja, du bist zu spät. Du hast es ja. Nee, ich hab vorher schon mal gedrückt und da ist nichts passiert. Das passiert ständig. Deswegen verkack ich mal über den Jump. Dings. Bumsen. Geht's nochmal? Ja. Ja, okay. Einmal machen wir noch. Fähne. Nee. Kennt einer von euch einen guten Zahnarzt? Ja, ich. Meine Faust. Doktor. Doktor Faust. Doktor Faust. Doktor Faust. Ich drücke wieder. Okay, du drückst dich. Bleib doch hier mit stehen. Nee, geh hier hin. Der ganz linke ist doch doof. Nein, das ist gut. Na gut, wie du willst. Das war aber ganz praktisch, weil hier, glaub ich, jetzt einer hochkommt. Hup. Hup. Da da da. Nein. Das schon wieder. Der springt nicht. Ja, weil du schon gerade gesprungen bist. Nee. Der kann auch hier unendlich springen. Wenn man nach unten fährt, dann hebt man kurz ab und kann nicht mehr springen. Ja. Du musst halt auch drauf springen, soweit der hochkommt, ne? Loser. 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 Ja, geht trotzdem. Loser. 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 Mal rein, ne? Na. Hm. Ich mag die Musik. Ich mag die Musik. Bei dir sieht das nicht böse aus. Wie? Hm? Meiner ist zu gutherzig. Er will einfach nicht böse sein. Ne. Du drückst die falschen Knöpfe. Oder man sieht das einfach nicht. So. Freunde? Freunde. Ich geh jetzt mal Zähne putzen. Jo. Ich geh mal wieder einen neuen Diss-Track aufnehmen. Genau. Eminem braucht noch einen Abwasch. Du bist unglaublich cool. Kann man ja auch einen Mittel... Ist ja schön, wenn man nachher so einen Mittelfinger zeigt. Nee, das ist ein Kinderspiel. Ach so. Okay. Also ein Spiel, was auch für Kinder ist. Oh yeah. Eminem. Ich winke jetzt einfach mal. Tschüss Leute. Schön, dass ihr so angeguckt habt. Okay. Gangster winken so. Jo. Jo. Guck mal. Es sieht bei mir aus, als würde ich so ein Zeichen machen. So eine Faust in der Hand. Tatsache. Ähm. Little Big Planet Coast. Jo. Jo.